Fürs Schaß! Fogata! Wunderbar! Pass auf! Wenn die anderen Mädels sich umgesetzt haben, zur Seite und sich verruhigt haben ein bisschen, kann ich gleich noch Sachen für euch holen. Frage mal ein bitte! So! Hallo! 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 Meine erste Kinder sind die kleinsten bei uns. Die sind zwischen 3,5 Jahren und 5 Jahren. So! Die kleine Rasselbank wird von der Vanessa getroffen. Ist leider heute leider nicht da. Lässt sich aber von mir vertreten. Und ich versuche die Bestes. Und zwar, ihr kennt es schon von der Vanessa. Jeder darf an einem Platz zu treffen. Sieht nicht aus! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.